jahn broke ist richtig sauer mann nach der rektion auf die statement wo er irgendwie seine ex und irgendwie sein sein euro gesendet hat versammt man wo sie ins grüte das ist richtig sauer weil er einfach gesagt er stürmt darauf sollen ja so lasst ihn doch schon auf diesen song war er war halt nichts besonderes mittelmäßig so wie haft ihr halt als frau ist ja in ordnung oder so die lüriks sind halt auch genauso auf haftniveau keine frage oder dass du da hast du dann irgendwie ein bisschen hater mit rechnen bringt man hier eine menge junger fans und hinten hast du ja auch gefeiert was auch asozial ist und du hast schiebst ja auch den ein oder anderen ausröster also musst du auch damit klarkommen weil das ding aber ein bisschen übertrieben kann die rexen mehr irgendwie auf tinder der gemacht wird doch eine menge klicks mit okay was vielleicht nicht nötig aber die klicks würde ich schon mit dem geld ist geld als tipp okay meine fond ist was den bus aber in den dreck nicht fixen bis zum nächsten bäumen